so und weiter geht's mit unseren abenteuern als neck das ganze unkommentiert und wir schauen rein den motor kann ich reparieren aber abheben wird ein ziemliches problem werden sie mal nach was du an relikten finden kannst du musst jetzt bitte so groß wie irgend möglich werden pass gut auf meck das hier ist ganz klar gander haas gebiet ich 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 Das war's. 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 Das war's.